Abend meine Freunde, ja, ich wollte jetzt nur ein Zeitpunkt noch abgeben zwischen Oberhausen gegen Wattenscheid, ja, war ein schwannes Spiel, Oberhausen hat mit Anfield gewonnen, ja, aber dort ein 0-0 wäre auch schon gewesen, aber ich wollte jetzt noch was sagen, wahrscheinlich bin ich gar nicht bei Oberhausen Gattbach dabei, also Gattbach 2, ja, nur das wollte ich nur noch mal sagen, das Link da, schreibt in den Kommentaren, was ihr zum Spiel hält, Oberhausen Wattenscheid, was hier zu Oberhausen Gattbach sagt, ich sag, Oberhausen gewinnt 1 0, ja, check auf jeden Fall von mir die Instagram, Musical.ly und Facebook ab, ja, ich sag, gute Nacht und bis dann.